Oh schau mal Adam, da sind noch mehr Lebewesen. Hallo, wer seid ihr denn? Dich nenne ich Hase. Dich Bien und ich Taube. Und dich Fuchs. Das hat alles, alles, alles wunderbar, wunderbar gemacht. Gott hat alles, alles, alles wunderbar. Also hat Gott mich erschaffen, das finde ich schön. Ja, und er hat jeden von uns besonders gemacht. Gott, im Ernst, glaubt ihr etwa noch an den Weihnachtsmann? Das sind doch alles Märchen für kleine Kinder oder Opas. Wäre doch krass, wenn ich nicht einfach nur da bin, sondern gewollt und erschaffen von Gott. Und das mit dem Tod nicht alles aus ist. Glaubt ihr echt an das Paradies? Was glaubst du? Kann es wahr sein? Was glaubst du? Ist es nur Träumerei? Oder Wirklichkeit? Kann das alles wirklich sein? Dann wird alles gut, dann wird Friede sein im neuen Paradies, im neuen Paradies. Paradies? Hab ich da Paradies gehört? Was? Bis jetzt. Vielen Dank.